Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video und in diesem Video zeige ich euch die beste Angriffstaktik bis Rathaus 7 und dabei könnt ihr natürlich dann auch ganz viel Elixier und Gold noch nebenbei mitnehmen, um möglichst schnell euer Rathaus zu leveln oder halt andere Sachen zu leveln, wie zum Beispiel eure Mauern und weiß ich nicht was. Und da zeige ich euch einfach die beste Angriffstaktik, dann noch ein paar mehr Taktiken, um schön ein bisschen Gold nochmal rauszuholen und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. An erster Stelle wollte ich nochmal kurz sagen, dass ich mich vielleicht ein bisschen leise, vielleicht auch ein bisschen laut anhöre, weil es einfach das erste Mal ist, dass ich jetzt mit Headset aufnehme, also schreibt mir da bitte kein Hate unten in die Kommentare, ich bin mit dem Headset nun nicht so erfahren, zumindest nicht am Handy und deswegen weiß ich nicht, ob ich das so halten muss und ob ich da jetzt so leise oder so laut bin. Jedenfalls könnt ihr das Video dann ja lauter oder leiser in dem Fall stellen. Ja, womit fangen wir an? Wir brauchen erstmal natürlich eigentlich Hälfte Boogies, Hälfte Barbaren. Ich habe jetzt einfach mal ein paar mehr Boogies mitgenommen, fünf mehr, weil ich habe fünf mehr Lagerplatz und das kommt sowieso nicht genau auf die Hälfte hin. Und dann zeige ich euch jetzt einfach mal eine Wiederholung kurz, an der ich das super zeigen kann, wie man angegriffen werden muss. Und zwar, ich mache schon mal Stopp, ist das hier eigentlich die perfekte Base zum Angriff. Wir werden gleich selber nochmal einen Angriff machen, deswegen wundert euch nicht, aber ich möchte euch hier kurz zeigen, wie das Ganze aussehen muss, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich den perfekten Gegner finde. Und zwar, erstes Kriteritum. Die Lager hier, das Lager hier, das ist Level 10, das Lager ist Level 8, deswegen ist das Lager Level 8 ziemlich voll und das hier ist aber ziemlich leer, deswegen sehen wir, okay, der hat gar nicht so unglaublich viel. Der hat zwar, ich denke mal schon, so 70.000 von seinem Elixir hat der in seinen Lagern, aber nicht unglaublich viel. In seinen Goldlagern sehen wir, kann man gar nichts sehen, kann man überhaupt nichts sehen, deswegen, das ganze Gold, also wir haben ja sogar 214.000 Gold in dem Fall hier jetzt, muss also in den Sammlern stecken. Das können wir auch daran erkennen, dass unten diese Goldlore und diese Goldkisten daneben ziemlich voll sind und hier in den Sammlern kann man ja sowieso erkennen, wie hoch hier der Stand des Elixirs ist. Und zweites Kriteritum dann, also das erste Kriteritum ist natürlich klar, es sollte nicht in den Lagern sein, weil die Lager sind nämlich meistens geschützt von Mauern, deswegen am besten in den Sammlern und in den Sammlern kann man auch deutlich mehr mitnehmen. Zweites Kriteritum, die Sammler und viel, also viel von den Sachen sollte außen herum stehen. Das bedeutet, die meisten Leute haben eigentlich hier, wie zum Beispiel jetzt auch der Typ, manchmal ihre Clamber, manche haben ihre Clamber aus draußen, das ist eigentlich ziemlich egal, ihre Defense und noch immer ihre Lager eigentlich in den Mauern stehen und sonst haben sie alles drumherum. Das Coole ist, wenn ihr alles drumherum zerstört, kriegt ihr 50% und dadurch verliert ihr keine Trophäen, gewinnt ein paar Trophäen dazu und kriegt nebenbei noch super viel Loot, weil nämlich dann ja die Sammler draußen stehen. So, und jetzt spiele ich das Ganze gleich einfach mal ab und ihr guckt mal, wie ich das Ganze mache und dann zeige ich euch doch einen super duper Tipp, wie ihr die Truppen schneller platzieren könnt. So, wir sehen jetzt hier, okay, ich platziere hier meine Barbaren wild im Kreis herum um die Base, denn es ist ganz wichtig, dass ihr eure Barbaren nicht alle auf einmal auf eine Stelle setzt, weil sonst killt euch nämlich dieser Minenwerfer, der quasi eure Barbaren manchmal one-hitted, manchmal two-hitted, killt euch direkt, weil der macht natürlich richtig viel Flächenschaden. Ihr seht schon hier, bam, oder die hier, hätte der super wegrauen können und auch der Magierturm, der macht auch Flächenschaden, aber nicht so hart wie der Minenwerfer und vor allem hat er nicht so eine Reichweite. Aber ihr seht schon, zack, außen alles weggeholt bis auf dieses eine Ding und 50% sind am Start. Die ganze Taktik ist deswegen auch super effektiv, weil es einfach Boogies und Barbaren sind, einfach die Truppen, die am wenigsten Elixier kosten. Erstens das und zweitens, weil sie einfach super duper schnell auszubilden sind. Ich meine, guckt euch mal aus, hier, Schnellausbildung, ne, kann man ja immer sehen, wie lange das dauert. Super, kann ich nicht sehen. Perfekt. Ähm, nein. Naja, es dauert meistens so um die 14 Minuten, habe ich mir gemerkt. Und, äh, damit kann man einfach super schnell dann fahren. Ich meine, dann kann man sich zwischendurch mal ein YouTube-Video anschauen, dann kann man wieder reingehen, ähm, angreifen, seine Armee wieder in Auftrag geben, dann kann man wieder raus. Und ihr seht schon, ich hatte noch Heal-Zauber mit. Ähm, ja, wenn ihr jetzt eine Zauberfabrik habt, dann könnt ihr von mir aus Heal-Zauber mitnehmen. Manche haben auch erst die, äh, nur auf Level 1 oder können sie auch nur auf Level 1 haben, deswegen nehmen die Blitz-Zauber mit. Aber ich würde, wie gesagt, bis zu Rad aus Level 6 dann einfach Heal-Zauber empfehlen, weil der ist meiner Meinung nach effektiver als der Blitz-Zauber. Falls ihr dann mal die F50% nicht habt, dann könnt ihr gegen den Mortar gegenhealen. Na, jedenfalls habt ihr gesehen, ich habe einfach meine Truppen drumherum platziert und jetzt kommen wir zu dem Trick, den ich dabei benutzt habe. Denn manche fragen sich, also viele benutzen diese Taktik, und manche fragen sich dabei, wieso placen meine Truppen nicht so schnell? Weil, äh, wenn du einfach nur mit einem Finger hier die ganze Zeit rumgehst, einmal um die Base, dann platzieren die Truppen ziemlich langsam. Der Trick dabei ist, dass du mit beiden Daumen, also so als würdest du zoomen, du zoomst ja auch mit beiden Daumen ran, ähm, einfach in einem Halbkleist zack, 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 einmal um die Base gehst, natürlich währenddessen deine Truppen ausgewählt hast, und so platzierst du die Truppen einfach viel schneller, und so kann man einfach nochmal viel mehr Prozent da rausholen, weil die Truppen einfach schneller angreifen. Natürlich ist es auch wichtig, dass ihr die Truppen nicht ganz hinten am Rand platziert, sondern natürlich auch schön hier vorne, eigentlich direkt am Bereich, damit, ähm, euch die Boogie-Tüppen, weil die haben ja auch ein bisschen weitere Reichweite, damit die euch nicht direkt holen, weil sonst haben die ja hier einen längeren Weg, und können somit weniger Schaden anrichten. Also, ähm, passt da auf jeden Fall drauf auf. Und auch übrigens nochmal ein kleiner Tipp, äh, so nebenbei, ihr habt ja hier ganz viel eigentlich rumliegen, und, äh, macht das alles mal weg, weil dadurch bekommt ihr super viele Juwelen auch, hier guckt, ich hab schon wieder zwei Juwelen gefunden, das spawnt auch immer wieder neu, ähm, das ist eigentlich super gut, das immer mal wieder wegzumachen, denn dadurch kriegt ihr Juwelen, und ihr wisst ja, Juwelen kann man für Bauarbeiter einsetzen, also, auch wenn ihr Juwelen einsetzt, am besten nie für, ähm, Upgrades ausgeben, also, äh, dass eure Sachen schnell abgegradet werden, denn immer schön auf die Bauhütten sparen, denn, äh, vier Bauarbeiter sind natürlich viel besser als einer. Ich lasse übrigens immer einen Bauarbeiter frei, denn wenn ich ihn mal angreife, dann ist mein, äh, dann ist das meistens alles full, weil das dauert ja alles ziemlich lange, deswegen hab ich da eigentlich schon meine drei Bauarbeiter verbraucht, aber einen Bauarbeiter lasse ich immer frei, denn wenn ich viel Gold habe, dann weiß ich das meistens einfach da rein, diese Mauern abzugraden, denn die dauern 0 Sekunden, kosten ziemlich viel, und früher oder später machst du es sowieso, insofern, das ist eigentlich die beste Investion dafür, und, ja, jetzt hab ich euch eigentlich schon gezeigt, wie das Ganze geht, und ich mach jetzt keinen Angriff, weil das war, ähm, eigentlich perfekt zum, äh, zeigen, und jetzt zeig ich euch noch so ein bisschen, was ihr noch machen könnt, damit ihr möglichst viel bekommt, und zwar, bevor ihr ein Rathaus pusht, macht eure Sammler auf Max, auf Max Level, also, in dem Fall jetzt hier auf Level 10, hab ich jetzt noch nicht, klar, aber ich bin auch noch nicht, auch, ich bin noch ein bisschen rushed, das merke ich auch selber, aber nicht so doll, wie jetzt, äh, ziemlich viele andere, zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Sammler auf Level 10 habt, das was tatsächlich das Max Level Baratus 6 ist, ist es super duper OP, denn, Leute, ihr seht schon, Maximalkapazität 100.000, klar, das steht nur 2800 pro Stunde her, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel mal, sagen wir mal, im Urlaub seid, ja gut, okay, im Urlaub hat man wahrscheinlich inzwischen auch schon gegeben, Hotel WLAN, deswegen ist das eigentlich irrelevant, sagen wir, ihr seid bei eurer Oma, ja, ihr seid bei eurer Oma, weil da hat man ja kein WLAN, die sind ja nicht so digital, die Omas, okay, bitte schreibt jetzt keinen Hate rein, wenn eure Oma irgendwie am Zocken ist oder so, na jedenfalls, wenn ihr dann da seid, eure Oma und Opa, hat da kein WLAN, seid da irgendwie, keine Ahnung, fünf Tage, kommt dann wieder nach Hause und dann sind einfach in allen euren Sammlern und Goldminen, überall, ist einfach 100.000 drin, damit seid ihr direkt fool, also das ist eigentlich super, diese Upzugraden, weil damit könnt ihr noch schneller fahren, braucht nicht mal irgendwie anzugreifen, ihr braucht nicht mal Truppen auszubilden, könnt einfach die ganze Zeit in eure Sammlern schnell reingehen oder auch wenn ihr einfach nicht so viel Clash of Clans spielt und einfach nur jeden Tag einmal reinschaut, bringen sie natürlich am meisten die Sammlern abzugraden, weil dann könnt ihr ja somit einfach auch gar nicht anzugreifen, das ist eigentlich auch eine super Taktik und etwas, was wahrscheinlich die meisten Spieler, die COC quasi schön ein bisschen spielen, die wissen das wahrscheinlich, deswegen explange ich das hier auch nicht weiter, aber es gibt dieses Training, was wirklich eigentlich ziemlich gut zu absolvieren ist und ja, kann man angreifen, dann wird dir gesagt, was du machen musst und ihr seht hier schon 150.000, 150.000, das ist eigentlich free, ein geschenktes Gold und Elixier, dann natürlich noch die Schatzkammer und zwar sind hier unten manchmal so Sterne, die aktualisieren sich, zum Beispiel jetzt hier nächster in 4 Stunden, der Sternebonus, dann müsst ihr dann 5 Sterne holen und wenn ihr diese 5 Sterne geholt habt, dann bekommt ihr, ich glaube, ja, sagen wir jetzt einfach mal 100.000, Elixier und 100.000 Gold hier in eure Schatzkammer, ab 1,2 Millionen ist die voll, da passt da nichts mehr rein und dann könnt ihr hier auf Schatzkammer, dann könnt ihr auf Sammel gehen, mache ich jetzt nicht, weil ich habe gerade keinen Schutz, ich habe gerade nicht so viel Bauarbeiter frei und dann würden mir sonst alle, dann würde mir sonst alles direkt geklaut werden, deswegen bringt das keine, hat das keinen Sinn, das könnt ihr sammeln, damit könnt ihr auch super upgraden, also sowas kann man auch, perfekt dafür benutzen, das ist hier in der, ähm, Kleinburg und, äh, das war's eigentlich schon, ich wollte nur nochmal kurz sagen, wieso bis Rathaus 6, weil ab Rathaus 6 könnt ihr eure Kaserne auf Level 9 upgraden, äh, auch bis Rathaus 6, genau, bis Rathaus 7, ähm, weil ab dann könnt ihr eure Kaserne hier auf Level 9 upgraden und dann habt ihr hier euren Drachen und dieser Drache, muss ich einfach sagen, ist Philopea, also der rasiert alles weg, also ab dann einfach nur mit Drachen angreifen und, äh, Wutzauber, weil der, äh, Wutzauber plus Drachen ist eigentlich eine Kombi, ich meine, selbst hier zum Beispiel, ähm, einer aus meinem Clan hier, 117, ne, der greift auch nur mit Drachen an, äh, super OP, das benutzen die Leute danach eigentlich nur noch, das ist die beliebteste Angriffstaktik danach, ähm, wenn ihr halt schon Rathaus 7 seid, und wenn ihr, ähm, jetzt, ich sag mal, ich weiß gar nicht, welches Rathaus das ist, Rathaus 4, glaub ich, oder so, seid, dann greift es am besten mit Ballons an, weil entweder ihr findet Gegner, die haben gar keine Luftabwehr, also Luftabwehr sind diese, ja, Feuerwerksraketen, Sachen hier, ähm, die machen Ballons super schnell tot, das Coole ist, die haben nur eine, oder sie haben gar keine, wenn sie die draußen stehen haben, dann könnt ihr die einfach direkt, bum 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 bum, alle, also nicht alle, wirklich nicht alle, heibt euch so 5 Ballons auf, ähm, na gut, R6, ja okay, in den Leveln ist das nicht so viel, ich weiß, aber dann könnt ihr die einfach direkt auf die Luftabwehr setzen, und dann ist die Luftabwehr direkt tot, und dann können nur noch die Bogeytower angreifen, weil, ähm, Magier Termin gibt's auf den Leveln ja noch nicht, und dann geht ihr einfach nochmal auf die, und dann habt ihr alles weg, und dann könnt ihr einfach die ganze Basis zurückkassieren, weil euch nichts mehr angreift, perfekt, insofern ist das eigentlich ziemlich OP, und was ich euch auch empfehlen würde, was auch noch eine ziemlich gute Taktik ist, in den niedrigeren Leveln, wenn die Gegner noch keine Luftabwehr haben, aber ihr selber auch noch keine Ballons, ähm, Ballons haben könnt, fragt einfach in eurem Chat hier, von den Leuten, also am besten geht ihr in den Clan, wo es schon Leute gibt, die euch Ballons spenden können, fragt einfach Ballons an, setzt sie auf den Bogeytower, oder auf die 2 Bogeytower, weiß ich nicht, direkt weg, der Gegner ist direkt tot, der kann nichts dagegen machen, ich glaube, die Bogeytower sind da sogar so low, dass der eine Ballon auch, selbst wenn er auch nur Level 1 ist, denke ich mal, den Easy alleine holen müsste, insofern, ja, korrigiert mich da in den Kommentaren, wenn ich da jetzt nicht so genau war, und hält mich bitte auch nicht dafür, dass ihr die Taktik schon kennt, ach, die kennt doch jeder, ich hab euch ein bisschen Tipps gegeben, ja, ich hab euch ein bisschen Tipps gegeben, auf was ihr achten müsst, äh, dass die Sachen hier nicht außen stehen sollen, und, ähm, dann hoffe ich, euch hat das weitergeholfen, und ihr konntet jetzt so ein bisschen eine Taktik entwickeln, und seid jetzt mit dieser Taktik ein bisschen so vor euren Rivalen, ich meine, ich glaube, jeder von uns hat so, wenn er COC spielt, und das gefühlte ganze Klasse spielt, so einen Rivalen, der etwa gleiches Rauthauslevel ist, aber so ein bisschen vor ihm ist, wo man immer so ein bisschen davor sein möchte, und dann immer, dann macht man immer da so raus, so ein Duell, wer schneller pusht, quasi, so wie Trimax jetzt gerade auf seinem Kanal, gut, okay, ja, wenn er das Video sieht, macht er wahrscheinlich wieder Vorteil, oder weiß ich nicht was, und erfordert es schon lange, aber ich weiß es nicht, naja, jedenfalls, ich hoffe, euch hat das Ganze weitergeholfen, und, das Ganze wird auch noch hier zur Nachbasis kommen, Nachbasis, ist in jedem Fall creepy an, ne, äh, ja, ich wünsche euch jetzt einfach mal, doch mal einen schönen Tag, äh, wenn ihr mehr Klischofklernstipps und Tricks, oder generell mehr COC sein wollt, sehen wollt, ähm, ich bringe das jetzt einfach, weil es bringt mir Spaß, ich finde, es bringt auch Spaß darüber, Videos zu machen, und es ist im Moment ziemlich populär, das Game, also in dem Moment, in dem ich jetzt gerade dieses Video aufnehme, und deswegen, wieso nicht, wieso soll ich es nicht machen, ähm, und wenn ihr dann mir auch noch positive Bewertungen, also Likes, da lasst, ein Abo da lasst, positive Kommentare schreibt, oder auch Verbesserungsvorschläge, weißt du, wenn ihr nicht, einfach nur schreiben würdet, die Taktik kennt doch jeder, da, da reagiere ich nicht drauf, aber wenn ihr schreibt, das und das hättest du in deinem Video verbessern können, und das nicht in so einer Art, dass sie mich damit irgendwie hatet, sondern eigentlich, dass es nur ein Verbesserungsvorschlag ist, dann finde ich das super, ja, da habe ich überhaupt nichts dagegen, ich werde, äh, da gerne dann auf eure Verbesserungsvorschläge auch eingehen, und, ähm, dann wünsche ich euch jetzt, wie gesagt, einen schönen Tag, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt, lasst ein Dislike da, wenn es euch nicht gefällt, und abonniert, um mehr COC, äh, zu sehen, und nichts mehr auf meinem Kanal zu verpassen, ja, Ciao und bis zum nächsten Mal!